Der sächsische Verfassungsschutz hat die AfD im Freistaat als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Eine juristische Prüfung habe unzweifelhaft ergeben, dass der AfD-Landesvorstand verfassungsfeindliche Ziele verfolge, hieß es. An der rechtsextremistischen Ausrichtung bestehe kein Zweifel mehr. Der Verfassungsschutz hatte die sächsische AfD zuvor vier Jahre lang beobachtet, zuletzt als sogenannten Verdachtsfall. Die Behörde wirft der AfD vor, mit ihren Positionen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verstoßen, zum Beispiel in der Migrationspolitik und bei der Menschenwürde. Zudem bediene sich der Landesverband gängiger antisemitischer Positionen. Nach den Landesverbänden in Thüringen und Sachsen-Anhalt ist die sächsische AfD der dritte Landesverband der AfD, der als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. Eine solche Einstufung hat zur Folge, dass der Verfassungsschutz geheimdienstliche Mittel ohne Einschränkungen einsetzen kann.